so ein wunderschön und willkommen zurück zu hexen ja überlegen so ja lang ist her also für mich wobei geht endlich drei wochen oder so keine ahnung mal ganz kurz eine eher zwischengeschobene einer aufnahme meine ich doch dadurch bedingt dadurch bedingt dass ja ich einfach bock drauf habe zum einen zum anderen ist bei uns immer noch ganz schön viel bambuse wegen umräumen und dies und jenes und jetzt hier doch tatsächlich noch mal mit umzug an ja ich versuche trotzdem also die aufnahme die ich jetzt aufnehmen ist der 6 dezember dürfte dann ungefähr zwei wochen voraus kommen ich weiß nicht wie lange ich den takt halten kann ich muss wahrscheinlich irgendwann auch wieder anfangen wieder ein vorort aufzunehmen aber das wird jetzt erstmal nicht kümmern jetzt liegen wir einfach mal direkt los mit hexen darken äh death king of the dark citadel death king of the dark citadel so wo sind wir denn hier ach du scheiße sieht ja nicht so plantiert aus hier kann man sich verstecken ja so dann mache ich erstmal den noch weg dann mache ich den da hin perfekt und jetzt mache ich die da unten einfach weil sie nur aus dem Sack gehen der rechte ist schon mal weg der linke guckt uns ganz erwartungsvoll an und rutscht um viel weg kann das sein geht doch na komm ich doch geht doch so jetzt müssen wir irgendwie gucken wie wir da irgendwie was müssen wir gucken wie wir da unten aufbauen übrigens hat bei mir ist mittlerweile das praktikum das betriebs praktikum auch schon angefangen die zweite woche ist es gerade rum was soll ich noch machen oh god oh god oh god oh god dafür kann ich springen ich kann springen vielleicht muss ich jetzt überspringen ich wollte hier einen guten drittpunkt für die die ich für die 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 Ich weiß nicht, dass die Gugner hier, aber das ist hier, was. Oh! Oh, 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 ah! Ah! So sitzt er im Timmer. Okay, da kommt man belegt. Da kommt. Ah, ich muss ihn noch mal. Okay, da... Okay. Okay. was ist hier los also ganz ehrlich ist mir gerade alles ein bisschen zu hektisch ich glaube ich bleibe jetzt mal hier vorne wie kannst du es dir wagen wobei ich auch drauf aufpassen muss weil die feater ja immer wieder spawnen und zwar relativ häufig viele denn noch bitte vielleicht wie letztens bevor wir alle umgebracht haben vorhin bereits die nächsten vor allem so wie wir gerade stehen dürfen die um uns herum spawnen und macht es nicht so gut werden da komm raus ich habe das es 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 ich mach das klar boah alter holy fuck warum gott alter ist ja hier, finde ich, dass er es selbst vertreibt Och lelelele, er gibt doch am Arsch Los! Wow, nice Oh wow, fuck Kind of false So, ich kann noch mal hier, meine, äh Oha Nein Aber was ist denn das jetzt hier? Äh, so What? Hast du Hölle? Der kann das auch, dieser Hohensohn Okay, also wieder bei Lein-Dev War schon leck? Ah, komm, gut, dann müssen wir es ein bisschen effizienter einsetzen Was? Ist er schon weg? Ah, schon wieder umsonst abgefeuert Was ist denn das noch? Ah, komm Aaaaaaaah, nicht nur Oh! Oh, hier ist Mana! Da ist noch ein Auto! So. Achso, gleich habe ich hier beide Kröner mit, meine große Waffe hier einsetzen, ne? Schau mal hier! Ich kann mir mal mit diesen Datenküpfeln nicht klar, wer zur Waffe was ist. Ah, ich brauche meine Mana! Ist das ein grüner Mana? Ne, ne? Ein bisschen blauer Mana, aber keine grüne. Fuck my life. Z-Live. Ja! Das war's ja schon! Hä? Achso, die... Wow! Hab das vergessen, dass wenn er stirbt, diese Dinger kommen, die dann explodieren noch nachträglich. Alter, was für ein Radius haben die Dinger! Danke! Ach, damit du! So, gehen wir mal hier rein, gucken was hier passiert. Ähm, ah! Mana! Mana Mana! Ein Skuld, was auch immer der bringt. Oh, dafür mehr ein Head. War okay ein Skuld, sondern... Schädel. Ein Axt-Key und ein Steel-Key. Ich komm das Ganze so vor, als ob wir das alles schon mal gemacht hätten hier. Ist das auch das Richtige? Hexen-DD, doch. Ich komm mir grad so vor, als ob ich das Ganze schon gemacht hätte. Schau mal. Lol. Habe ich da vielleicht so etwas früher doch mal gespielt? Oder spielen wir das jetzt grad zum zweiten Mal und ich spiel grad hier warum auch immer alles nochmal von vorne? Das ist ja ein bisschen toxisch. Hey, ist das auch ne Schalter? Ja! Oder spielerann dasежд key. lar, blüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü sehr. Okay, ähm, hier waren wir jetzt drinnen, hier war... Uah, du Scheiße. Okay, da war ich aber noch nicht drinnen. Was bist du? Oh. Ein Raum voller Feinde. Uah. Boah, Alter. Ist das hier eine Falle? Uah. Fuck. Da ging's raus. Nein, keine Falle, warum auch? Ja, boah, Alter. Jetzt, weil ich mir ganz kurz nicht sehe, ob ich nach links oder nach rechts ausweichen sollte. Uah. Boah. So, hier haben wir den Schalter gedrückt. Gibt's hier auch, ja. Natürlich gibt's da auch Schalter. Warum auch nicht? Und hier auch noch einer? Oh. Gott. Gott. Frau. threw ich dich auf K celestialseide, auf dem ist schwierig. Ich finde, ich habe den Schalter gehalten. Ich bin also der Schalter geholt. Oh nein! Nein, 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 nein. Was macht das gerade? Keine Ahnung. Ja, war eine dumme Idee. Wobei, geht eigentlich? Ja, jetzt haben wir noch 11% Leben. Danke. So, hier geht die Treppe lang und da geht die Treppe lang. Äh, wie gehen wir zuerst hier lang? Waaah, du Scheiße. Was denn? Oh, leck mich doch. Oh Mann, Alter, schon wieder zwei Gegner. Leck, nein, halt, stopp jetzt, aus jetzt. Feierabend, finito, aus, Ende. Ist da noch einer? Na, so, wir müssen erst den einen hochschalten, dann den anderen. Geht da so gar nicht, Alter. Ist das wie viel Müll? Ach, jetzt können wir noch mal die Treppe hoch, du Huber und so. Komm, nee, wir gehen erst die andere Treppe hoch. Oh, ähm. War vielleicht keine zu gute Idee. Okay. Obwohl, von jetzt kannst du mit den anderen da hinten nicht treffen. Oh, Alter. So, jetzt können wir uns um einen anderen kümmern. Worum er da nochmal war. Da hinten und so. Äh, wo denn da? Ach, nein. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Da ist ein Teleporter. Geht, was ist ein ... Heiliger Pupilverkehr, Alter. Oh, was machst du denn hier? Was ist denn jetzt hier? Schauen wir mal, guck, hier war noch ein Weg. Interessant. Lol, halt, auf. Oh Gott, das geht dann schon wieder alles ab. Ich hab keinen Bock mehr. Komm, wir sind jetzt hier hinten? Ne, ne? Ach doch, hier. Ahhhh. So, erstmal für eine Mana. Bisschen Rüstung. So, wo geht das hier? Hallo? Ah! Herr Teleporter. Da kommt er nicht dran. Die Frage ist, hier geht's wahrscheinlich zurück. Genau, hier geht's zurück. Die Frage ist, wo schickt uns dieser Teleporter, dieses Portal hier hin? Ich möchte zurück. Ich möchte instant zurück. Hallo? Ach du Scheiße. Was machen wir jetzt hier? Also, wie soll ich jetzt? Wir haben volles Leben. Volles Leben geht am schlimmsten. Am besten, ähm, hier. Warum ist da jetzt hier unten auch einer? Da war doch davor keiner. Wieso spawnen da welche, wenn da keiner... Ne? Ich dachte, die spawnen immer nur danach, wo davor auch welche waren. Alter, das Spiel würde mich hier ärgern. Kann das sein? Oh, jetzt stört halt. Oder war da doch einer und wir haben ihn umgebracht, auch ohne es zu merken. Oh Mann, Alter. Oh Gott, nicht noch. Nein. Toll getan. Können wir bitte erstmal eins nach dem anderen machen? Das wird mir ein bisschen alles zu viel. Also, wir gehen erstmal hier oben rein, Teleporter, ab hier durch. So, Leben hatte ich das, was ich haben sollte. Alles andere ist mir erstmal egal. Na gut, und dann heißt es jetzt hier erstmal... Alter, komm, kann ich hier einfach die Dinger nehmen? Ähm... Ne, komm. Ah, ja. Das war immer das Falsche. Äh, bitte die hier, genau. Ja. Ja, halt'n durch, halt'n durch. Ich bin Arzt. Waaah. Oh, Alter. Das ist einfach zu viel. Was? Was war das? Warte. Oh Gott. Oh, ihr wolltet doch verarschen. Ähm... Hier kann man nicht langen? Ochch neuu Ich dachte da hatten wenigstens Gooi's dahinter Aber nein Aber es wird nur noch mehr fallen Oh Gott Holy fuck. Oh Gott, guckt euch das an. Jetzt geht es um ab. Gut, erst mal nicht alle. Oh, jetzt ohne welche. Ach du Scheiße. Oh, wo ist die denn jetzt her? Alter. Ach, das ist eine Treppe. Mal schauen mal nachgucken. Oh, das war ein Steakie. Welches war die Kies, die wir noch mal brauchten? Also einmal einen Axt-Kie und einmal einen anderen Kie. Fack mich aber bitte nicht mehr, was der andere Kie war. Sieht so aus, als hätte ich von hier eine relativ gute Schutzpositionen hätte. Kann das sein? Uah. Ach ja, ich täusche mich ja so gerne. Aber es ging eigentlich relativ gut. So, weiß ich oben noch was? Nö, nur der Kie. Wir gehen mal da hinten lang. Erst mal Mana. Haben wir ganz zu viel verbraucht. Komm mal her. Danke. So, hier hinten ist feier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wie viele sind denn hier oben? Ah. Alter. Ist auch noch rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ne, fast. Geh damit. Wie kommen wir hier rauf? Ähm. Nein. Darf man nicht? Hier geht's auch nicht rein. Gibt's hier ne Leiter? Nein. Äh. Hier auch nicht. So, kann man hier rauf hier rein? Gut, okay. Dann geh ich als erst mal da rein. Hier. Achso, noch einer. Oh, verfallen der nicht? Irgendwie stuckt der da ganz schön ganz klar. Kann das sein? Hallo? Ich hab das so. Oh. Oh. Ob das jetzt wohl gut war? Ich hab keine Ahnung. Ach Mann, diese Scheiß-Züge. Züge doch mal Euro mit. Okay, mehr gibt's hier nicht. Oh. Dankeschön. Hier haben wir wieder eine Feuerfalle, so wie es aussieht. Interessant. Äh, die nicht ausgelöst hat. Oh. Okay. What the fuck? Aber was hat der doch schon? Ich schwöre, ich bin Kartoffeln dran zu denken, dass er das ja gar nicht schon mal hatten. Und dann kann ich jetzt durch. Ah, schau. Das heißt, ich muss wieder zurück. Nein. Ich dachte, ich kann das extra machen. Rvoorzimmer. Du Scheiße. das kommt doch so alles so voll ja so weiß nicht aber wir gehen jetzt mal runter hier oh nö alter was ist denn hier los eh was ich jetzt hier wollte doch verraten also ich habe schon wieder viel auf die gegner gleichzeitig also ich war auf jeden fall auf dem magier alter das ist ein schalter ok Okay. Sooo. Was? Ah, du kacke. What the fuck? Kommst du denn jetzt schon wieder her? Oh man, oh man, oh man. Was zur Hölle? Junge? Oh, was ist hier los? Scheiße, die Reporter hier. Nö, war doch klar. Ah, da schau mal her, guck. Das heißt, er war gar nicht so weit teleportiert. Ja, hier hat man. Okay. Ah. Okay, wow. Damit kommt der in Schussposition und ich kann jetzt noch meinen Teleport oder wie jetzt? Oder? Leute, was stimmt das mit euch? Oh, ich bin schon wieder hier. Frage ist mein Schuss hierher? Was nicht mehr von Magia? Aha, na war ja klar. Ja, oh, ja. Komm schon, wo ist denn? Nein. Auch nicht. Na gut, gucken wir uns mal nicht so fach, du kacke. Gucken wir uns mal nächste Folge an. Äh, jetzt erst mal soweit für Feierabend. Schauen wir es vor.